So, heute bin ich hier in einem tiefen Wald und es ist ziemlich heiß. Und ich habe Schluck auf. Und hier sind die beiden Bücher, die Viecher. Und dann bin ich alleine. In diesem W... Aua! Alter, was ist das? Was die gefunden, ey? Was ist das denn? Ritex? XXL? Das kann doch nur von mir sein. Das habe ich hier mal verloren irgendwann. Nicht anfassen! Komm hier, drinnen! Ich weiß, was das ist. Eine Schere. Oh! Das ist auch nicht schlecht, was? Der Fund. Das ist auch nicht schlecht, was? Der Fund. Oh! What the fuck? Alter, was ist das? Das ist Munition. Die ist noch sch... Die ist noch nicht abgeschossen worden. Stirling, Stirling selber. Luft, See, Land, USA. So, ich habe hier was gefunden und habe gleich mal die Kamera angemacht. Sieht sehr interessant aus. Das ist mir nicht genau, was das ist. Ich kann mir aber vorstellen, was das ist. Wenn ich mir die Umrisse so angucke. Ganz edlet. Ich hoffe, man kann das erkennen. So, man sieht schon, was das ist. Ich werde das jetzt erstmal vorsichtig ausbuddeln, damit nichts abbricht. So, ich glaube, das ist schon die Spitze weg. So, ich werde es nicht mehr. Nein, nein, nein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018